Besser ja Wie bin ich? Ja, wo muss sein? Das sieht da lieber aus Könnt ihr mich mal töten hier? Malte komm her, hol mich mal weg hier beim... Komm schon, Malte Beim Vent oder was? Ja Stell dich auf den Vent, komm Ja, ich stell mich auf den Vent und dann kannst du mich holen Ok Oder wir machen jetzt den Move, den die anderen beiden auch gerade gemacht haben Du wendest jetzt und ich behalt für mich Ok Der spielt Karten, Alter, wahrscheinlich spielt der Karten Digga, wo bin ich denn? Guck mal, Junge, ich fahr ganz unten Das hatte ich aber auch schon mal Leute, mein Schlüssel steckt fest Ja, genau 14-0 Also eigentlich hatte ich ja gar kein Schlüssel, Leute Ja, wahrscheinlich Oh, Meise Moin Phil Moin Ben Was ist denn hier? Der Geist ist so lost, Alter Jedes Mal der gleiche Scheiß Der Junge Ich kann dich schon wieder alle nicht hören, Mann, das nervt so, Mann Ich kann Christoph noch Doch, man rede doch Achso Hä, was ist wirklich in Weapons? Hä, wieso? Kannst du... Nein Nein, beim linken Reaktor Wer war beim rechten? Ich konnte es nicht sehen, ich hatte Okay Ich war unten in Weapons Am Anfang Ganz am Anfang Weil jetzt war ich zuletzt mit Christoph im Lab, ne? In der Dusche Und wo ich hochgelaufen bin, da war das schon alles gefixt Das ist eine Lüge Okay Das ist natürlich lässig, Jackie Wo war die Leichte? Ne, du kannst auch gedrückt halten Achso Eike Jawohl Hiss auf Warte mal Komm mal her, Phil Ja Stell dich mal raus Mhm Jetzt drück mal Kuh So, geh doch mal Roulette hast du? Ja Okay, komm Du bist safe Dann können wir jetzt doch an den Specimen gehen, oder? Äh, ja Ich möchte gerne mit dir duschen Hm Du musst aufpassen, ich hör dich klicken, ne? Also mach nichts Falsches Okay, jetzt hast du mich geklickt Ich bin leiser Wollen wir vielleicht mal fixen gehen auf Erde, oder? Eher nicht so Ist nur Licht, ist okay Ich will doch nicht immer nach hinten da rennen, man Ich bin nicht, seh ich aus wie ein Clown, alter Ja, ein bisschen Warte, ich mach hier kurz So, ich bin fertig Ich muss nicht mal hier Was ist das eigentlich experimentell? Mit deinen ganzen Tag bist du fertig? Nein, 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 nein Hier, mit der Specimen Task Ich muss jetzt, äh, Räder drehen Perfekt Dreh am Rast gleich, Alter Wollen wir mal kurz Dicks gehen Lifeline So gucken wir, ob einer noch oder nicht Das Ding ist, das Ding ist, wenn ich ganz oben rechts im Admin stehe Und du in Lifeline kannst du mich hören Und wir können beide absprechen Guck, wenn ich mich so hinten stelle, dann hörst du mich nicht Ja, aber das ist halt mega leise, ne? Ah, scheiße Timo Ja Du warst grad unten bei Shaki, ne? Ja Warum hat Shaki so lange gebraucht, um den Müll da zu schmeißen? Ähm, weil ich zu dumm war, das Ding gedrückt zu halten und dreimal diesen Button drücken musste Okay Ich hab da aber keinen gesehen Gut, aber Shaki kann so schnell nicht den Kill gemacht haben Ja, aber sie liegt da, wo man, äh, diese Behälter aufhüllt Kasim kann es auch nicht gewesen haben, mit dem mach ich die ganze Zeit beim, ähm, Dings daumen? Hm, ähm, weiß es auch nicht War jemand live rein oder so? Ne, war nicht Äh, ich und Phil, wir wollten da gerade hin, aber... Ja, okay, war der, der Dings Du wollte da hin, wo wartest du dann? 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 Ach man Ach man Chris meinte, du bist vor Phil mit Phil gewandet Das war ja mal Spaß Phil ist jetzt oben Phil wäre doch viel sicherer hier Chris Chris, du hast jetzt, äh, Malte gewandet oder was? Es gibt Ne, ne, ich weiß nicht, es gibt was, hä? Wo wartest Chris das bitte, Alter? Wir müssen jetzt sowieso voten Also ich glaub zwar nicht, dass es Chris ist, aber gut Ach so, no front, stimmt Ja, wo ja, dass es Phil ist Also fuck, wir müssen... Ja, daran glaub ich weniger Ich glaub irgendwie eher, dass das einer von denen, die jetzt beim live fix waren Ja, das ist krieg und gelb, also gelb und lauflich Ja, wir sind ja auch, guck mal, es sind alles in zweier Gruppen Ich war die ganze Zeit alleine Ich war die ganze Zeit alleine Und schwarz, ich hab schwarz auch im Müll gesehen Müll war da, ja, sie war da, ich hab's in die Kämpfe gesehen Ich weiß nicht, wo Schacki vorher war, war Schacki dann leid? Ich weiß nicht, wo Schacki vorher war War Schacki dann leid? Der stimmt auch Ja, ich hab die Leidz gereinigst Ach ja, stimmt, 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 mit Timo Wo kommt denn hier? Kommt doch keine Ahnung, ihr kamt alle erst später als ich zu den Reis gegangen bin Ich bin da alleine hingelaufen Von links kamst du, oder wie? Nein, ich kam von O2 unten Ja Ja, aber da war die Leichloch gerade Ja Ja Ja, er musste schwarz gehen Ich hab ihm falsch gewonnen, aber ist egal Oh na, jetzt haben wir Chris auch Wir müssen Chris auch Film, was bist du für ein Spiel? Hä, for real, Digga? Ich hab ja verloren Egal, jetzt kommt einfach ein Double Kill und wir haben verloren Ja, ok Von dir, ja Ja, nein Vielleicht können wir das noch schaffen Ich geh zum linken Reactor Nein Ihr kommt doch mit Ha, du wie Kasinossen gab es Boop, 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 boop. Imposter. Jungs, Jungs, da ist. Das ist natürlich jetzt, Digger. Können wir hier ein Meeting machen, oder? Stopp, stopp, stopp. Wir sprechen ein Gebet für die tote Leiche. Wo habt ihr diese Sounds her, Alter? Der Sheriff ist eingetroffen. Hände hoch, Hände hoch. Hallo, Hände hoch, Hände hoch. Alle an die Wand, alle an die Wand. Der Sheriff ist da. Alle an die Wand. Hallo, alle an die Wand. Ich leg ne Leiche. Wann hab ich einen Chris zuerst gesehen? Du doch nicht, du bist der Sheriff, du Dödel. Ich bin grad runtergelaufen und hab keinen gesehen. Was macht ihr hier? Ich suche jetzt einen Planeten. Darf ich mit der Dusen gehen? Oh, pass auf. Drei, zwei, eins. Du bist ein bisschen gruselig. Hallo? 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 Oh. Warum sagst du sowas? Ich bin ja 17, ne? Ach, ja, das ist ne 20 plus Gruppe, dann ist das nicht mein Problem. Oha. Jetzt hast du mich auswärts genommen. Ja, ist halt so. Bruder, ich bin 22, alles gespült. Warum, warum? Alter, den kenn ich gleich. So, Phil, wann prügeln wir uns eigentlich? Versteh nicht, warum... Wer denn jetzt? Wer ist denn schon hier drin? Äh, er ist... Siehst du das nicht? Er ist... Er hat auf jeden Fall keinen Cruelink. Im Wack wie? Hast du Cruelink? Im... Toll, das war's für die mit Monetarisierung. Äh, was? War sie das gerade? Digga, das war eh... Digga, das war eh... Digga, das war eh... Das war eh... Leider... Als See... Heben... Den... Äh. Welchen... Der...